Oh, alte Bilder. Das sieht aus wie das Porträt aus dem zweiten Teil. Oder? Die da hinten erinnert mich an Gwynevere aus dem ersten Teil. Die Tochter des Königs Gwyn. Vorsicht vor Scharfschütze. Au. Hier geht's nicht weiter. Warum gibt es hier kein Leuchtfeuer? Ich hätte gern eins. Daneben. Ich treffe nicht. Ich weiß nicht, wie ich treffen kann. Oh, Treffer. Au. Okay, du kannst das auch. Ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt. Komm runter. Ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt. Hey. 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 Da starrt der Ritter auf das Bild von Gwynevere. Na, ich mein, die hat auch hübsche Brüste, ne? Also so ist nicht. Oh Gott, was mach ich? Einfach vorbeilaufen? Ich kann die eh nicht besiegen. Moin! Ja, nee, ist klar. Und sonst so. Was ist denn das? Ich kann mich, nachdem er mich geschlagen hat, gar nicht bewegen. Ist das eine Paralyse oder sowas? Ach, ich hab die Armbrust noch draußen. Ah, dann ist kein Wunder. Mein Gott, bin ich blöd. Muss ich nochmal an diesen ganzen Spinnen vorbei. Sowas eklig ist. Nimm endlich dein Schwert raus. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier und... Nein, hier wollte ich gar nicht her. Doch, hier wollte ich her. War richtig. Wollt ja raus. Wir wollen ja erst später da weiter. In der Hoffnung, wir finden noch was Schönes. So, einmal rein. Gar nicht erst mit dem Monster befassen. Zu viele Spinnen! Mann, 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 Mann. Irgendwo ist noch was aufgestanden. Aber das soll mir egal sein. Wir laufen zu Sigmund. Der wird uns schon in der Not beschützen. So, jetzt gerade brauche ich kein Estus-Tränkchen. Eigentlich bräuchte ich eher ein Lagerfeuer, ein Leuchtfeuer. Gerade, weil die beiden nicht so einfach sind. Moin! Einfach das Schild hoch. Komm schon. Das war's. Oh Gott. Große Titanitscherbe und göttlicher Segen. Was auch immer das ist. Das werden wir uns später angucken. Oh, das sieht nicht so aus, als wenn man hier heil durchkommt. So, zudem müssen wir wahrscheinlich hoch. Äh. Das will mir irgendwie gar nicht gefallen. Wir gucken erst mal hier hinten. Äh. Hier ist Kälte in den Dingern drin. Okay, ein paar der Thronen könnten echt sein. Hier ist schon mal echt. Göttlicher Segen. Die ist auch echt. Smaugs Großhammer. Und die ist auch echt. Ring des Löwen. Oh, den werde ich mir mal näher angucken. Der erinnert mich an die früheren Teile. Aber hier geht's nirgendwo weiter. Wir sind dort, wo ein Mensch nie zuvor gewesen ist. Ganz ruhig. Ich dachte, gerade hinter ihm steht Sigmund, aber es ist nur eine dicke Vase. Okay. Wo ist schon herkommen, Freundchen? So wird das nix. Bewachen die noch einen Gang oder ist dann zu Ende? Ich glaube, dann ist es zu Ende. Komm mit. Ow. Hüse. So nicht. Meine Fresse. Puh. So, ganz ruhig. Da vorne ist der Kälteflug vorbei. Trinken lieber nochmal. Möchte mich hier in Ruhe umsehen können. Boah. Kann gar nicht. Abhauen. Nein. Nicht mit dem Teil. Guck mal, was du kannst, kann ich auch. Allerdings bin ich kräftiger. Oh, Mann. Große Titanitscherbe. Ja. Toll. Das hätte ich mir auch sparen können. Aber wenigstens kann man die wieder ohne Ende hier farmen, wahrscheinlich. So, da ist schon mal nichts. Da auch nicht. Heißt das, wir hätten die Ritter einfach ganz elegant umgehen können, so wie ich gelaufen bin? Wahrscheinlich. Ja. Hier ist nichts. Wir sind ganz umsonst hier oben. Nur für die drei Truhen sind wir hier oben. Drei Truhen. Okay, okay, ich seh's ein. Es war dumm. Aber da ist Gwinnewehr. Was haben wir sonst noch für Porträts? Sehr hübsch. Der alte Feuerwächterthrone. Also derjenige, der, ich glaub, im ersten Teil da drauf gegangen ist. Dich kenn ich nicht. Könnte es eine Feuerhüterenseile sein? Äh, das sieht aus wie Irithyll. Oder, wie gesagt, wie das Porträt. Da weiß ich gar nicht mehr, wie das Gebiet hieß. Irgendwas mit A. Vielleicht Astoria? Keine Ahnung. Ne, Astoria war ein Kerl. Der hatte auch ein Schwert, das man von einem Wolf geholt hat. Da geht's nicht weiter. Da auch nicht. Da auch nicht. Kann man die Stacheln irgendwie umgehen? Da auch nicht. Da ist Kälte. Da auch nicht. Hm. Ach, die sind gar nicht... Hm. Tödlich. Versucht rechts. Geheimfahrt voraus. Ist das etwa scheinbare Wand? Nicht hier. Aber auch nicht. Toll. Das war ein Troll. Nicht hier. 375 Bewertungen. Aber die waren garantiert schlecht. Okay, weiter. Wir sind noch nicht überall gewesen. Ich möchte ein Leuchtfeuer. Nur ein kleines. Schild hoch. Na. Aha, ich weiß schon, warum er gekämpft hat. Okay, ganz ruhig. Geht's hier weiter? Ne. Ist keine Tür. Oh, Mannis. Ich hasse diese Biester. So. Weg mit euch. Oh. In den Rücken schießen ist scheiße. Bin fast so weit, weil wir hier ganze Estusflakons verballert haben. Wieder zurück zu porten. Oh, die schießen hier von überall. Da ist auch noch ein Hund. Kältehund. Aber mehr ist hier nicht. Ne. Dann port dich zurück. Dann geben wir lieber unsere Seelen aus. Laufen nochmal hierher mit etwas mehr Estus. Und dann geht die Party wieder ab. Wo ist mein Heimatknochen? Da. Feuerbahn schreien. Denn weit war der Weg jetzt auch nicht. Wenn man nicht unbedingt mit den Rittern kämpfen muss, geht das. Möchte gerne aufsteigen. Und ich möchte nachher noch die ganzen Teile verteilen, die wir gefunden haben. Oh, Mann. Was nehmen wir denn dazu? Kondition? Ach, können wir noch gar nicht. Uns fehlen noch tausend Seelen. Kein Problem. Machen wir. Seele eines unbekannten Reisenden. Mh, das waren nur 800. Reicht das? Das reicht. Sehr schön. Willkommen, Hobson. Sehr gut. Dann geht es. Okay, jetzt aber. Also Kondition könnten wir aufwerten. Das wäre schon nicht schlecht für die Ausdauer. Bringt uns allerdings auch bloß zwei Ausdauerpunkte. Und 120 haben wir zur Zeit. Das ist also, ja, gerade mal ein Prozent. Ist mir zu wenig. Belastbarkeit. Stärke. Geschicklichkeit. Stärke ist schon nicht schlecht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so richtig groß Damage machen wir dadurch auch nicht. Geschicklichkeit. Glaube? Glaube? Also wenn wir Glaube erhöhen, kriegen wir überall bei der Verteidigung mehr rein. Plus Resistenzen überall mehr. Und wir könnten vielleicht mal dieses andere Teil benutzen, womit man sich heilen kann. Aber dann müssten wir auch die Zauber noch erhöhen. Ach, ich weiß auch nicht. Stufe 64. Also die Zauber Slots, damit wir dann mehr Heilung reinnehmen können. In ruhigen Momenten müssen wir da nämlich keine Estusflasche verballern, sondern können einfach zaubern. Ist auch nett. Da kriegen wir gerade mal 30 Lebenspunkte mehr. Basiskraft. Also das ist die Basiskraft. In Wirklichkeit haben wir schon über 1000 TP. Das wird natürlich nicht angezeigt als Grundwert mit der Rüstung. Glück. Nicht mal Finderglück geht dadurch hoch. Kriegen nur mehr Verteidigung in allem. Komm, wir nehmen Glaube einmal. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.